hallo und herzlich willkommen liebe youtube freunde so nun geht es flott und fleißig weiter mit der kill serie und diesmal versuchen wir den ferra morpheus der unbesiegbare ferra morpheus zu farmen und natürlich im endeffekt zu besiegen wir sind hier im sir hammerlock dlc tätig im letzten dlc von borderlands über macht acht natürlich also sprich das wird also wenn er nachher kommt ich habe schon zwei versuche gemacht und da ist jedes mal gekommen und nun habe ich mir halt so gedacht jetzt drückt man mal aufnahme knöpfe in der hoffnung dass es wieder funktioniert und die sind geil die habe ich vorher also am display habe ich die voll übersehen das sind so so explosionsteile da explosionsfrüchte und auf jeden fall wir versuchen den ferra morpheus zu farmen hier im sir hammerlock dlc heißt es dass es leichter und einfacher ist es hat sich auch bewahrheitet wie gesagt ich habe es vorher schon zwei dreimal probiert man muss natürlich alles vor testen das ist ganz klar und diesmal hat es auch wirklich funktioniert ich hatte vor sogar zwei ferra morpheus auf einen schlag das war richtig geil und ich hatte sie kaum platt bekommen ganz ehrlich das sind richtig hammer schwer wie gesagt wir sind hier im über macht acht tätig das sind dann oder besser gesagt das ist ein 83er ferra morpheus richtig scheiße schwer gut ich habe jetzt einen guten bad as ring das muss man dazu sagen aber für mich ist es auch kein kinderspiel das ist ganz klar und ja jetzt versuchen wir einfach mal dass es noch mal funktioniert dass wir den hier gefahren bekommen besser gesagt der muss sich erstmal verpuppen und dann versuchen wir den zu erledigen vorher bin ich auch schon einmal gestorben dabei das ist richtig geil jetzt verpuppen sie sich richtig 1 2 3 4 5 5 mal verpuppungen hier haben wir jetzt wenn ich richtig gezählt habe das sieht schon sehr gut aus was hier jetzt passiert es muss aufpassen dass ich nicht verrückt vorher bin ich auch schon verrückt der ferra morpheus hat mir gnadenlos in den arsch getreten vorher das sind jetzt alles so bad ass fackiere und ich hoffe mal dass die sich jetzt langsam aber sicher weiter verpuppen da verpuppen sie sich schon aber das ist normaler dahinten klappt so wie es aussieht nix weltbewegendes ja das ist normaler das ist ein bad ass fackier komm komm verpuppt euch vorher hat es da auch gut klappt die gehen einem voll auf den sack hau ich muss echt aufpassen bad ass fackier lauter bad ass fackiere hier auch scheiße wie gesagt ich muss aufpassen leck mir marsch da verpuppt sich ein auch geil das sieht gut aus was ist das ein ultimativer bad ass das sieht gut aus voll die seuche so ultimativer bad ass das haben wir jetzt schon mal hinbekommen wie gesagt in dem sir hammerlock dlc ist es einfacher denn boah fuck ähm verpiss dich haha in dem sir hammerlock oh leck mich am arsch jetzt muss ich jetzt muss ich aber aufpassen komm 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 fackier und schnell weg leck mich am arsch gut ich muss ich habe ein scheiß schild drin ich habe das ähm das shame habe ich drin ich glaube nicht so toll hier ich muss nachher mal ein bier rein machen oder sowas getönt ja wohl ja wohl totaler bad ass pot das ist doch dort ultimative dort dort war wie heißt er ferramorfeis da ist er ferramorfeis der unbesiegbare es klappt doch einwandfrei super 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 jetzt muss man aber aufpassen weil der hat mich vorher gnadenlos platt gemacht wie ihr seht ich werde gnadenlos aufgeraucht hier von dem ist das ein riesen Viech ist brutal oh alleine muss ich ganz ehrlich sagen alleine habe ich den noch nie gefahren bekommen ich habe es immer nur in gruppen gemacht weil es heißt in gruppen ist es auch vor Ort ich muss weg ich muss weg ich muss weg verpiss ich nein 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 bei der es fack hier leck mich kom 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 da muss die herrl auspacken nein 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 falsche falsche herrlte er will heute muss ich jetzt muss ich weg leckte im arsch ich habe den ferramorfeis immer in gruppen versucht zu farmen und das hat auch in gruppen also sprich wenn man drei oder vier leute ist hat es auch funktioniert aber alleine ein ferramorfeis zu besiegen will ich mal sagen ist fast unmöglich der ist so stark und er kann sogar fliegen die sau gut das wissen wir ja alle schon das ist schon bekannt aber wie gesagt vorher hatte ich mal zwei gehabt das ist echt übel leck mich am arsch wenn die einen verwischen schmack gnadenlos platt und wie ihr seht ich habe einen guten bad-ass-rang und riecht so gut wie gar nichts aus auf jeden Fall nicht viel aber ich muss weg ich muss ich muss kreise laufen sonst hat es keinen wert wie ihr seht herald ist eine von den stärksten waffen und ich habe noch einen geilen bad-ass-rang ihr seht was ich bei dem abziehe so gut wie gar nichts pille palle eigentlich muss man ganz ehrlich sagen und jetzt muss ich mal ein anderes schild rein machen ich habe hier das schild drin und das ist kacke jetzt muss man mal gucken dass wir ein der b-schild rein machen irgendein geiles muss man mal schauen das stärkste b-schild habe ich da irgendwo da unten wo ist es irgendwas mit 189.000 oder besser gesagt 18 Millionen oder 1,8 Millionen irgendwie so 1,8 Millionen zusätzliche Schaden das sieht schon besser aus ich muss trotzdem aufpassen leckt mich am Arsch ok aber auch nicht wirklich auch nicht wirklich ok es zieht schon ein bisschen was ab muss man sagen es zieht schon ein bisschen was ab aber für meinen bad-ass-rang muss man ganz ehrlich sagen ist es viel zu wenig was es abzieht also ihr müsst euch mal vorstellen wenn das ein normaler macht ihr dürft mich natürlich nicht als als vorbild sehen was ich muss weg was Bosse killen betrifft weil das ist jetzt alles was ich jetzt hier mache also sprich die ganze Kill-Serie das ist alles Anschauungsobjekt das ist jetzt kein muss oder besser gesagt kein Paradebeispiel wie man die tötet sondern müsst ihr euch im Klaren sein das ist nur Anschauungsmaterial nix mehr ich muss weg nicht mehr nix mehr so sagt man das nicht ich muss mich ein bisschen konzentrieren dass ich oh Foto sie muss weg dass mich der nicht tötet vorher hat er es auch schon hinbekommen die Sau Sprengkörper die bringen aber gar nichts aber gleich haben wir ihn jetzt mal locker mit der Sandhawk drauf wie gesagt die ganze Kill-Serie das ist alles Anschauungsmaterial nicht zum Vorzeigen quasi oder besser gesagt kein Paradebeispiel wie man Gegner tötet das ist ganz klar muss aber weg sonst werde ich gnadenlos aufgeraucht da hängt man quasi am Arsch gerade auf der Minikarte rechts hä wo ist der wo ist der ah schnell weg der ist über mir die Sau jetzt will er abhauen jetzt will er abhauen nicht mit dem Kommentar das ist schon ein riesen Fisch das muss man schon schon sagen echt leck mich am Arsch voll in den Arsch 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 und jetzt ist er tot super das war er Ferra Morpheus der Unbesiegbare ein Level 83er ein Ü8 Gegner geile Sache also ein schweres Teil muss man ganz klar sagen und wie gesagt im Sir Hammerlock DLC ist es einfacher ein Ninja Rose Skin legendärer leider keine Waffen was wollte ich sagen im Sir Hammerlock DLC ist es einfacher den Ferra Morpheus zu farmen wie im Farmhouse man farmt das kennt ihr ja bestimmt man farmt den Ferra Morpheus altbekannt im Farmhouse und das ist einfach viel zu schwer da bräuchte man locker wie gesagt immer 3-4 Leute dazu dass man den locker gefarmt bekommt und hier im Sir Hammerlock DLC ist es möglich dass man den alleine hinbekommt besser gesagt dass man das alleine schafft dass es oh lauter Idioten hier dass das alleine funktioniert da bräuchte keine 3-4 Leute dazu wie ihr gerade gesehen habt es klappt auch locker alleine dass ihr das hinbekommt dass der Ferra Morpheus erscheint besser gesagt sich verpuppt jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen wie gesagt also wir haben es eigentlich geschafft den Ferra Morpheus haben wir jetzt besiegt und ja ich denke mal jetzt wird man sagen jetzt machen wir hier mal ein scheiß Feuer fuck hier jetzt machen wir hier mal einen Cut und jetzt schauen wir mal was wir als nächstes in Angriff nehmen welcher Endgegner als nächstes kommt schauen wir mal also gut liebe Judo-Freunde ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und man sieht sich in einem nächsten Kill-Projekt also vielen Dank fürs Einschalten euer KingLion83 und haut rein liebe Leute bis denne ciao ciao bis zum nächsten bis zum nächsten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020